Wer Weltraumabenteuer liebt, findet in unserem Sonnensystem eine ganze Reihe attraktiver Ziele. Zum Beispiel Merkur, der kleinste, sonnennächste Planet. Einschlägen aus dem All ist er schutzlos ausgeliefert, mangels Atmosphäre. Seine Tagseite ist 600 Grad heißer als die Nachtseite. Dann ist da die Zwillingsschwester der Erde, Venus. Der Erde zwar sehr ähnlich, nur leider würden wir dort durchgebraten und zerquetscht. Außerdem ist die Luft giftig. Beide Planeten sind höllisch schwer zu erforschen. Aber vielleicht wäre der rote Planet etwas. Die Mars Rover haben überraschend viele Gemeinsamkeiten mit der Erde aufgezeigt. Vermutlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich die ersten Menschen dort niederlassen. Durch Raumsonden wissen wir auch, dass der Asteroidengürtel jenseits des Mars gar nicht so lebensfeindlich und viel dynamischer ist, als Forscher glaubten. Dies ist die Geschichte furchtloser kleiner Maschinen, die wir vom blauen Planeten in Bereiche aussenden, in die bisher kein Mensch vordringen kann. Bis ans Ende des Sonnensystems und noch darüber hinaus. Zwei Gesteinsplaneten sind der Sonne näher als die Erde. Den Astronomen gaben Venus und Merkur lange Rätsel auf. Merkur kreist so nah um die Sonne, dass man beim Blick durch das Teleskop geblendet werden könnte. Nur zwei Sonden haben ihn bislang erreicht. Am 2. November 1973 wartet Mariner 10 auf der Trägerrakete Atlas Centaur auf ihren Start. Als erste Raumsonde überhaupt soll sie ein Swing-by-Manöver durchführen. Bei einem Swing-by-Manöver fliegt die Sonde nah an einem Planeten vorbei und nutzt dessen Gravitationskraft, um zu beschleunigen. Auf dem Weg zum Merkur sollte Venus die Sonde Richtung Sonne schleudern. Von Beginn an geht etliches schief. Die Heizung des Kamerasystems ist defekt und kann nicht neu gestartet werden. Es gibt so viele Pannen, dass ein Wissenschaftler die Sonde als neurotisch bezeichnet. Jede unserer Sonden hat ihre eigene Persönlichkeit. Man muss mit ihren Macken umgehen können. Für die damalige Ingenieurskunst war die Sache extrem kompliziert. Das Kontrollteam kann die Probleme schließlich lösen. Am 29. März 1974 fliegt Mariner 10 am Merkur vorbei und fotografiert seine Oberfläche aus nur 700 Kilometern Entfernung. Zum ersten Mal gibt sich der geheimnisvolle Planet dem Menschen zu erkennen. Auf den ersten Blick ähnelt Merkur unserem Mond. Aber seine Eigenschaften sind völlig einzigartig. Merkurs zerklüftete Oberfläche gibt Aufschluss darüber, wie unser Sonnensystem entstand. Auch unsere Erde. Im Laufe ihrer Entstehung wurden die inneren Planeten von Gesteinsbrocken aus dem All regelrecht bombardiert. Auf der Erde sind die meisten Spuren solcher Einschläge längst abgetragen. Anders auf dem Merkur, der keine Atmosphäre hat. 1975, ein Jahr nach ihren ersten Aufnahmen, geht der Sonde der Treibstoff aus. Das Kontrollteam schafft es aber, sie noch zweimal am Merkur vorbeizusteuern und so auch Aufnahmen von seinem Südpol zu machen. Über 40 Prozent der Oberfläche konnten erfasst werden. Und das vom Merkur. Eine wirkliche Pionierleistung. Die Wissenschaftler verabschieden sich vom Mariner 10 und schalten die Transmitter ab. Vermutlich kreist die Sonde noch heute um die Sonne und wird von ihrer Strahlung langsam gebraten. Es dauert 36 Jahre, bis wir uns wieder zum Merkur wagen. Diesmal ist die Mission verzwickter. Die Sonde soll in den Orbit des Planeten eintreten. Nicht nur vorbeifliegen. Aber der Merkur ist mit 172.000 Kilometern pro Stunde der schnellste Planet und sehr nahe an der Sonne. In seinen Orbit zu gelangen, wäre eine Glanzleistung. Der Weg dorthin ist beschwerlich. Die Sonde wird Messenger genannt. Sie ist mit modernster Technik ausgestattet. Mit dem Start 2004 begibt sich Messenger auf eine siebenjährige Reise. Sieben Jahre. Zum Mars braucht man nur sieben Monate. Wer Richtung Sonne reist, wird von ihrer immensen Schwerkraft permanent beschleunigt. Man braucht enorm viel Treibstoff, um in den Orbit einzubremsen. Wir nutzten die Gravitationskräfte der Venus, um die Sonde abzubremsen. Das klappt aber nicht auf Anhieb. Wir machten zwei Swing-by-Manöver bei der Venus und drei beim Merkur. Erst bei der vierten Runde reichte der Treibstoff gerade so aus, um die Sonde in den Orbit, um Merkur einzuschwenken. Am 18. März 2011 erreicht Messenger den Merkur-Orbit. Das war eine tolle Sonde. Die Technik war faszinierend. Besonders der Sonnenschild, der über 300 Grad Celsius aushalten musste. Die Mission der Raumsonde ist auf ein Jahr ausgelegt. Aber das ist ihr nicht genug. Zwei Jahre lang kartiert Messenger die gesamte Oberfläche des Merkur. Auch die bislang unbekannte Hälfte. Und liefert spektakuläre Ansichten. Wir fanden Wassereis an den Polen. Am Nordpol. Da, wo die Sonne nie scheint. Und nicht gerade wenig Wasser. Billionen von Tonnen vermutlich. Wie kommt es dorthin? Eine Theorie besagt, über vereiste Kometen, die einschlugen. So sollen sich auch die Ozeane auf der Erde gebildet haben. Als unser Sonnensystem entstand, gab es überall Wasser. Der Merkur ist voller Einschlagskater aus dem großen Bombardement. Aus dem Wasser wurde Eis. Und das bleibt gefroren, solange es nicht der Sonne ausgesetzt ist. 2012 stellt Messenger fest, dass der Merkur eine Kugel aus Eisen ist. Umhüllt von einer dünnen Gesteinskruste. Sein Eisenkern macht 85% seines Radios aus. Zum Vergleich, beim Erdkern sind es gerade einmal 50%. In Merkurs Kern zirkuliert Metallschmelze und erzeugt ein ziemlich kräftiges Magnetfeld. Im Frühjahr 2015 geht auch Messenger schließlich der Treibstoff aus. Und die NASA verabschiedet sich von ihrer Sonde. Wir haben viele Jahre damit verbracht, die Sonde zu entwickeln und zu testen. Das gehört dann zum Alltag. Und plötzlich ist sie weg. Am 30. April schlägt die Sonde mit etwa 15.000 Kilometern pro Stunde auf dem Merkur auf. Auf dem Weg nach unten schießt sie noch diese letzten Bilder. Natürlich waren wir traurig. Aber auch stolz. Die Ergebnisse brachten uns in der Forschung weiter, als wir je erhofft hatten. Wem der Merkur nicht zusagt, der kann es mit unserem Zwillingsplaneten, der Venus, versuchen. Sie ist fast genauso groß wie die Erde und ihr am nächsten. Also ist sie vermutlich auch der Erde am ähnlichsten. Zumindest dachte das der Mensch vor dem Raumfahrtzeitalter. Von der Erde aus sieht man nur die Atmosphäre der Venus. Die Menschen stellten sich einen Planeten mit viel Luft, üppiger Vegetation und weiten Ozeanen vor. Als wir ihn schließlich erreichen, müssen wir erkennen, der Zwilling ist das Gegenteil der Erde. Vollkommen lebensfeindlich. Vielleicht ein Ausblick auf unsere eigene, düstere Zukunft? In der dicken Atmosphäre ist ein gigantischer Treibhauseffekt am Werk. Auf der Oberfläche ist es so heiß, dass Blei, Zinn oder Zink schmelzen. Vulkane speien giftige Dämpfe aus. Damit nicht genug, würde schon allein der Druck der Atmosphäre einen Menschen zerquetschen. Ein Großteil dessen, was wir über die Venus wissen, stammt von der Sowjetunion. Sie startet zahlreiche Sonden, die aber entweder versagen oder aufgrund der aberwitzigen Bedingungen auf der Venus zerstört werden. Eine Sonde landet schließlich erfolgreich und liefert einige Minuten lang Daten. Der Kalte Krieg wirkte sich auch auf die Raumfahrt aus. Die Sowjets wollten Raumsonden zur Venus und zum Mars senden. Sie waren ziemlich geschickt darin, zumindest was die Venus angeht. Venera 4, die vierte Venus-Sonde, schaffte es, relativ weit in die Atmosphäre der Venus einzudringen, bevor sie zerstört wurde. Sie übermittelte Daten und regte damit eine Diskussion über die Zusammensetzung der Atmosphäre auf der Venus an. Am 15. Dezember 1970 schließlich landet Venera 7 als erste Raumsonde auf einem anderen Planeten. Die Befürchtungen bestätigen sich. Auf der Oberfläche der Venus herrschen 500 Grad Celsius. Der Druck in der Atmosphäre ist 90 Mal so hoch wie der auf der Erde. Es ist so heiß, dass es auf den Bergen Metall regnet. Die höchste Bergkette auf der Venus ist Maxwell Montes, mit einer Gipfelhöhe von 10.800 Metern. Venera 7 besteht aus Metalllegierungen, die dem Druck eines Tiefseetauchgangs standhalten. Sie überlebt 50 Minuten auf der Venus. Die Oberfläche der Venus gleicht geschmolzenem Blei. Der Druck ist höher als der am Grund der Weltmeere. Die ersten Sonden wurden also überhitzt und zerquetscht, gleichzeitig. Die Sowjets lassen sich nicht entmutigen und schicken weiterhin Sonden zur Venus. 1975 schießt Venera 9 das erste Foto von der Oberfläche des Planeten. Bis 1984 liefern 13 sowjetische Sonden erfolgreich Daten von unserem Nachbarplaneten. Acht von ihnen schaffen die Landung und vier übertragen sogar Bilder. Eine bemerkenswerte Leistung angesichts der höllischen Bedingungen. Und dann folgen die Vega-Missionen der Sowjets. Mit sehr hochgesteckten Zielen. Vega 1 und 2 sollen in der Venus-Atmosphäre jeweils neben einer Landesonde auch einen Ballon mit einem Durchmesser von dreieinhalb Metern absetzen. 1985 gelingt die Mission. Die Sonden landen und die beiden Ballons treiben zwei Tage lang in den Winden der Venus-Atmosphäre. 55 Kilometer über der Oberfläche sammeln ihre Sensoren Daten. So legen sie rund 12.000 Kilometer zurück. In dieser Höhe ist das Wetter vergleichsweise mild. Es ist sonnig und die Temperaturen sind erdähnlich. Doch die Wolken bestehen aus Schwefelsäure und wirbeln mit 320 Kilometern pro Stunde umher. Mehr als drei Jahrzehnte sind seitdem vergangen. Ohne auch nur eine Venus-Landung. Kein Ballon ist jemals wieder durch ihre Atmosphäre geflogen. Einige Orbiter konnten dennoch beinahe ihre gesamte Oberfläche kartieren. Dazu zählen die Sonden Magellan der NASA, Venus-Express der ESA und aktuell Japans Akatsuki. Der Traum, dass eines Tages auch Menschen die Venus besuchen, lebt fort. Allerdings ist der andere direkte Nachbar der Erde deutlich einladender. Im Film Der Marsianer kämpft ein Wissenschaftler ums Überleben, nachdem er auf dem roten Planeten zurückgelassen wurde. Das ist natürlich Fiktion. Aber wussten sie, dass tatsächlich bereits drei Wissenschaftler zum Mars geschickt wurden? Zwei Geologen und ein Chemiker? Ihre Namen lauten Spirit, Opportunity und Curiosity. Forscher, die keine Angst kennen. Sie haben unsere Herzen längst erobert. Die niedlichen Mars-Rover der NASA. Angefangen hat alles mit Sojourner. 1997 gab das Roboterfahrzeug sein Debüt auf dem roten Planeten. Seine größeren Nachfolger, die Zwillinge Spirit und Opportunity, übertreffen alle Erwartungen. Opportunity ist noch immer im Einsatz. Curiosity, der jüngste und größte Rover, ist ebenfalls seit mehreren Jahren auf Forschungsreise. Sojourner wurde mit der Pathfinder-Mission zum Mars gebracht. Nach der Landung entließ Pathfinder den Rover zu einem auf sieben Tage angesetzten Ausflug auf dem roten Planeten. Sojourner fuhr dann 83 Tage herum. machte Bilder und analysierte Boden und Atmosphäre. Pathfinder zeigte uns, wie wichtig es ist, auf der Oberfläche eines Planeten mobil zu sein. Man sieht etwas Interessantes, kann hinfahren und eine Probe nehmen. Beweglichkeit ist das A und O. Sojourner fand heraus, dass das vulkanische Gestein auf dem Mars dem der Erde ähnelt. Wissenschaftler hatten das vermutet. Der rote Planet durchlief vor langer Zeit eine ähnliche Evolution wie der unsere. 2003 wird Sojourner in die Robot Hall of Fame aufgenommen. Im gleichen Jahr startet vom Kennedy Space Center die nächste Rover-Generation. Spirit und Opportunity. Zwischen den beiden Starts liegt etwa ein Monat. Nach einer siebenmonatigen Reise erreicht Spirit als erster den Mars. Mit einer Geschwindigkeit von über 25.000 Kilometern pro Stunde rast er auf den Mars zu. Sein Hitzeschild wird dabei so heiß wie die Oberfläche der Sonne. Und dann öffnet sich sein Überschall-Fallschirm. Dem Kontrollteam auf der Erde steht eine holprige Landung bevor. Der Hitzeschild löst sich. In weniger als einer tausendstel Sekunde entfalten sich die Airbags. Und dann prallt Spirit auf. Und springt und hüpft. 28 Mal. Ganz schön komisch, wenn man sich vorstellt, dass da ein 400-Millionen-Dollar-Rover drinsteckt und gerade auf dem Mars rumhüpft. Aber es hat funktioniert. Die Airbags lassen die Luft entweichen und die Solarpaneele klappen auf, um den Rover mit Energie zu versorgen. Spirit hebt den Kopf, eine Panoramakamera, und verschickt die erste Ich-bin-hier-Postkarte. Dann blickt er nach Hause und macht die erste Aufnahme von der Erde, die je von einem anderen Planeten aus geschossen wurde. Die Freude des Kontrollteams hält aber nicht lange an. Die Forscher lassen Spirit in einem Krater landen, von dem sie hoffen, er sei einst ein See gewesen. Aber sie finden nicht den geringsten Hinweis auf Wasser. Wir erfanden nichts außer vulkanischem Material und Basalt. Das war eine Riesenenttäuschung. Drei Wochen später landet Opportunity auf der anderen Seite des Mars. Ähnlich hart, ebenfalls heil. Nicht nur das Team der Rover-Mission ist begeistert. Die putzigen Rover wirken wie aus einem Comic-Filmensprung und lösen in der Öffentlichkeit einen regelrechten Hype aus. Die Rover sind hinreißend. Sie sind knuffig, furchtlos. Und sie machen das Ganze für uns. Wie kann man da nicht von ihnen fasziniert sein? Die Golfwagen großen Rovers Spirit und Opportunity sind als umherstreifende Geologen konzipiert. Mit ihren Instrumenten können sie nicht nur Proben entnehmen, sie untersuchen sie gleich an Bord. Mit Spektrometer und Mikroskop. Die größte Hoffnung? Der Nachweis von flüssigem Wasser. Spirit hatte es wirklich nicht leicht. Bei ihm lief alles schief. Er landete im vulkanische Material. Dabei wollten wir Seeablagerungen finden. Spirits Pechsträhne scheint nicht abzureißen. Im Dezember 2007 geht eines seiner Räder kaputt. Sein Kontrollteam weiß aber damit umzugehen. Wir fuhren meistens rückwärts und zogen das rechte Vorderrad wie eine Sträflingskugel hinterher. Das stellte sich als Glücksfall heraus, weil wir so das Oberflächenmaterial aufschürften und sahen, was darunter ist. Normalerweise wäre der Rover einfach darüber gefahren. So machte Spirit seine größte Entdeckung. Spirit findet ein Gestein namens Opalines Silikat. Für seine Entstehung müssen Hitze und Wasser vorhanden sein. Auch Opportunity macht fantastische Entdeckungen. Ganz ohne Sträflingskugel. Opportunity landet und entdeckt sofort von Wasser geformtes Gestein. Opportunity landet auf einer Hochebene namens Meridiani Planum. Der Rover findet sogenannte Blaubeeren, kleine Kugeln aus Hematit. Das bildet sich in Gewässern aus. Opportunity ist offensichtlich am Rand eines ehemaligen salzigen Meeres gelandet. Für die uns bekannten Lebensformen jedoch zu salzig und säurehaltig. Nachdem er seinen Landeplatz, den Igelkrater, gründlich untersucht hat, fährt Opportunity weiter zum Endurancekrater. Wieder findet er Spuren von einstigem Wasser. Wieder zu salzig für Leben. Am Viktoria-Krater, über sechs Kilometer vom Landeplatz entfernt, ist er endlich am Ziel. Wir konnten dort Spuren von pH-neutralem Wasser nachweisen. Also Wasser, das man trinken könnte, das hier vor dreieinhalb bis vier Milliarden Jahren fließt. Das ist spannend, denn hier herrschten ideale Bedingungen für Leben. Hier gab es schliessendes Wasser, Energiequellen, die Temperatur passte, und jetzt konnten wir auch noch Süßwasser nachweisen. Das genau zu der Zeit dort vorhanden war, als auch auf der Erde Leben entstand. Spirit und Opportunity entdecken aber noch mehr. Sie fotografieren erdähnliche Wolken am Mars-Himmel. Finden einen Meteoriten, den ersten auf einem anderen Planeten, und weisen nach, was Wissenschaftler schon lange vermutet haben. Sandwirbel tanzen ständig über den Mars. Sogenannte Staubteufel. Die Staubteufel halten die beiden Rover nicht auf. Sie funktionieren länger als geplant. Viel länger. 2009, nach fünf Missionsverlängerungen, bleibt Spirit im weichen Mars-Sand stecken. Sendet aber weiterhin Daten. Erst 2010 endet seine Kommunikation mit der Erde. Und ein Jahr später wird er für tot erklärt. Mehr als fünf Jahre lang schickte Spirit Forschungsergebnisse zur Erde und legte etwa acht Kilometer zurück. Wir hatten von Anfang an mit Spirit gearbeitet. Jetzt können wir ihm nicht mehr helfen. Er ist auf sich allein gestellt. Wir erhalten kein Signal mehr von ihm. Wir haben über ein Jahr nach ihm gesucht. Jeden Tag haben wir über das Deep Space Network nach ihm gelauscht, verschickten 1400 Befehle. Keine Antwort. Wir haben es versucht. Wir wissen nicht, was mit ihm am Ende geschah. Fast so, als wäre ein geliebter Mensch vermisst und man weiß nicht, ob er tot ist oder noch lebt. Man kann einfach nicht abschließen. Opportunity dagegen ist nach wie vor unermüdlich im Einsatz. Ursprünglich sollte er nur 600 Meter weit kommen. Inzwischen hat er in anderthalb Jahrzehnten mehr als 40 Kilometer zurückgelegt. Damit legt er die Latte für zukünftige Rover sehr hoch. Beide Rover lebten länger als vorgesehen. Einer davon arbeitet noch immer. Eine Meisterleistung der Ingenieure. Curiosity muss sich anstrengen, um Opportunity zu schlagen. Curiosity ist ein NASA-Rover der nächsten Generation. Über Jahre sorgfältig zusammengebaut. Stand by for test. 5, 4, 3, 2, 1, fire! Am 5. August 2012 tritt Curiosity in die Marsatmosphäre ein. Mit einer Geschwindigkeit von 23.000 Kilometern pro Stunde, geschützt in einer Kapsel. Wie bei den Vorgängern entfaltet sich ein Fallschirm. Der Hitzeschild wird abgeworfen. Aber diesmal gibt es keine Airbags und keinen Aufprall. Der Fallschirm löst sich. Triebwerke starten. Und der Skycrane lässt Curiosity sanft auf den Boden herab. Dort wird das Versorgungskabel abgetrennt. Wie eine Nabelschnur. Kurioskabel abgetrennt. Curiosity muss nicht erst von einem Länder entladen werden. Er kann sofort losfahren. Opportunity ist der Geologe. Und Curiosity der Chemiker auf dem Mars. Curiosities Arbeitsweise ist moderner als die seiner Vorgänger. Er berührt das Gestein nicht, sondern feuert Laser und Röntgenstrahlen ab. Curiosity schießt einen Laserstrahl auf einen Stein, der etwa 7 Meter entfernt ist. Dabei wird Material verbrannt und lichtfrei gesetzt. Die Supercam untersucht dessen Wellenlänge und bestimmt die Elemente. Das nennt sich Laseremissionsspektroskopie. Man schießt mit Lasern auf einen Stein. Curiosity hat zwei Instrumente, die geochemische Untersuchungen durchführen. Außerdem sucht Curiosity nach Mineralen in den pulverisierten Steinen. Die NASA lässt Curiosity im Gale-Krater landen. Weil es dort möglicherweise früher einmal Wasser gab. Der Rover soll Klarheit verschaffen. Curiosity fährt auf den 5 Kilometer hohen Aeolis Mons zu, der sich mitten im Gale-Krater befindet. Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt knapp 150 Meter in der Stunde. Auf seiner langen Reise über die Ebene trifft der Rover auf ein Dünenfeld. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Curiosity umfährt die Dünen, bevor er seine Reise Richtung Aeolis Mons fortsetzt. Auf dem Weg entdeckter Formationen, die ziemlich sicher durch Grundwasser gebildet wurden. Sein Weg zum Gipfel führt den Rover an immer jüngeren Gesteinsschichten vorbei. Sie offenbaren die Geschichte des Planeten. In vier Jahren sendet Curiosity mehr als 125.000 Bilder. Feuert fast 400.000 Mal seinen Laser ab und legt knapp 14 Kilometer zurück. Auch er leistet weit mehr, als von ihm erwartet wurde. Curiosity hat den Gale-Krater und Aeolis Mons gründlich erforscht. Und herausgefunden, dass es durchaus Gebiete auf dem Mars gibt, die für Leben geeignet waren. Wir brennen jetzt natürlich auf die nächste Mission, nämlich nach Beweisen zu suchen, dass es auf dem Mars einst Leben gegeben hat. Das wird der Job des Mars-2020-Rovers. Dieser Rover hat noch keinen richtigen Namen. Er wird auf dem Entwurf von Curiosity basieren. Aber auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand. Hoffentlich werden auf dieser Mission die großen Fragen beantwortet. Gibt es heute noch Wasser auf dem Mars? Und vielleicht sogar Leben? Für mehr als zwei Milliarden Dollar soll der Mars-2020-Rover den uralten Traum verwirklichen. Leben und Arbeiten auf dem Mars. Neue Welten und neue Möglichkeiten erschließen. Auf jeden Fall tritt, äh, pardon, rollt er in großen Spuren. Sojourner, Spirit, Opportunity und Curiosity sind schon wahre Stars. Sie vertreten uns auf dem Mars und zeigen menschliche Eigenschaften. Sie sind pflichtbewusst, furchtlos und lustig. Wir schreiben ihnen Persönlichkeiten und Charakterzüge zu und das verbindet sie noch mehr mit uns. Richtige Schätzchen. Eine letzte Station müssen die tapferen Forscher noch durchqueren, bevor sie zu den Gasriesen des äußeren Sonnensystems kommen. Der Asteroidengürtel. Geht es nach Hollywood, gleich dieser Weltraumstreifen zwischen Mars und Jupiter, einem Minenfeld aus Felsklumpen. Undurchdringbar für Raumschiffe. Die Wahrheit sieht ganz anders aus. In diesem Ring gibt es zwar Millionen Asteroiden, von kleinen Steinchen bis hin zu Protoplaneten. Aber die durchschnittliche Entfernung zwischen ihnen beträgt fast eine Million Kilometer. 2014 erreicht die ESA-Raumsonde Rosetta nach zehnjähriger Reise den Kometen 67P, der durchs All rast. Auch bekannt als Churyumov-Grasimenko. Seine zerklüftete Oberfläche macht die spektakulärste Phase der Rosetta-Mission zu einer gewaltigen Herausforderung. Der erste Versuch einer Landung auf einem Kometen mit Lander und Labor. Phile wird in 22 Kilometern Höhe abgeworfen. Es folgen sieben Stunden freier Fall. Seine Flugbahn hängt von der Abwurfgeschwindigkeit und der Gravitation des Kometen ab. Jedes Signal an Rosetta braucht etwa 40 Minuten. Präzision ist hier das A und O. Um 17.03 Uhr zeigt die Telemetrie an, dass Phile auf dem Planeten angekommen ist. Das Problem? Nach dem siebenstündigen Fall berührt Phile zwar die Oberfläche des Kometen, doch seine Verankerungsharpunen feuern nicht. Der Lander prallt zweimal ab und steigt über einen Kilometer weit in die Höhe. Noch bevor klar ist, ob Phile festen Boden erreicht hat oder ins All geschleudert wurde, kommt Rosetta auf der anderen Seite des Kometen an. Der Kontakt zum Lander bricht ab. Es herrscht Funkstille bis zum Morgen. Dann wird Rosetta wieder am Horizont des Kometen aufsteigen. Zehn Jahre haben sie auf diesen Moment gewartet. Aber keiner im Kontrollraum weiß, ob die Pionier-Mission gelungen ist. Am Morgen teilt Rosetta mit, der Lander steht auf dem Kometen. Er hat überlebt. Es war unglaublich emotional. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Phile steht im Schatten eines Felsvorsprungs und kann seine Akkus nicht wie geplant laden. Sie halten nur noch 60 Stunden. Alle Instrumente werden aktiviert. Ein großer Teil der geplanten wissenschaftlichen Daten wird zur Erde übermittelt. Darunter der Beweis, dass Kometen schweres Wasser mit sich führen können. Damit ist aber die Mission von Rosetta nicht beendet. Immerhin befinden sich elf Instrumente an Bord der Sonde. Zwei Jahre lang liefert sie den Wissenschaftlern der ESA Daten, Kometenstaub und Bilder. Der Komet scheint sich vor ihren Augen zu verändern. Er sagte, der Krater ist verschwunden. Wir sahen das Bild an und Holger sagte, Moment, hier ist gerade ein anderer Krater aufgetaucht. So war das. Jemand entdeckte eine Veränderung auf einem Bild und man vergliche es mit einer anderen Aufnahme. Manche waren kaum zu erkennen. Nicht alle Veränderungen sind unauffällig. Durch plötzliche Gasaustritte werden große Gesteinsbrocken bis zu 15 Meter über die Oberfläche geschleudert. Eine Untersuchung zeigt, wie der Zusammenbruch einer Klippe weißes Material freigelegt hat. Vermutlich Eis. Und dann bringen die letzten Bilder von Rosetta eine wahre Überraschung zutage. Für mich ist das wie eine Zeitmaschine. Wir erkennen, wie sich zu Beginn unseres Sonnensystems kleinste Partikel zusammenfügten, um größere Partikel zu bilden. Kometen sind wie ein Fenster zur Vergangenheit. Eine Zeitgapsel aus dem Ursprung, als unser Sonnensystem entstand. Über die Erforschung der Kometen erfahren wir, welche Bedingungen damals herrschten. Wir kommen sehr nah an den Kern heran und können dort zum ersten Mal Messungen durchführen. Dann analysieren die Wissenschaftler etwas Staub, den Rosettas Instrumente eingesammelt haben, und entdecken darin Glycin. Bei diesem Kohlenstoff handelt es sich um komplexes Material. Der Komet bewegt sich in einer kalten Umgebung. Daher erwartet man auf ihn keine Warmphasen. Dieses Material könnte in der Nähe der Sonne entstanden und auf den Kometen gelangt sein. Für uns kam das überraschend, weil wir diesen Prozess von mineralischem, aber nicht von organischem Material kennen. Scheinbar können auch organische Substanzen über lange Strecken durch das Sonnensystem transportiert werden. Anfang September entdeckt das Team Phile wieder. Der Lander steht im Schatten eines Überhangs. Eines seiner Beine ragt hervor und ist im Sonnenlicht zu sehen. Einen Monat später soll Rosetta auf den Kometen prallen und abgeschaltet werden. Während dieses Sturzes werden letzte Messungen durchgeführt und extrem detaillierte Bilder geschossen. Das letzte Bild entstand 80 Meter über der Oberfläche. Rosetta war extrem schnell. Es lief wie in einem Zeitraffer. Wir bekamen ein Bild nach dem anderen. Und das ist das letzte vollständige Foto, das uns am Tag des Aufpralls erreichte. Das ist das letzte Bild von Rosetta. Der Asteroidengürtel besteht aus mehr als nur Kometen und Asteroiden. 2007 startet die NASA die Dawn-Mission, um die Objekte Vesta und Ceres zu studieren. Die Dawn-Mission soll diese zwei Protoplaneten erforschen. Ihre Entwicklung stoppte vor Milliarden Jahren. Es ist wie ein Schnappschuss aus der Zeit, als sich das Sonnensystem bildete. Ein Jahrzehnt später liefert Dawn Informationen über die Entstehung von Gesteinsplaneten. Und mögliche Hinweise auf den Ursprung des Lebens. Mit ihrem hochmodernen Ionenantrieb ist Dawn die erste Sonde, die weit entfernt von der Erde nacheinander zwei verschiedene Himmelskörper umkreist. Nachdem sie Vesta untersucht hat, reist die Sonde fast drei Jahre lang zu Ceres. Der Ionenantrieb verschafft ihr einzigartige Bewegungsfreiheit. Weit draußen im Asteroidengürtel zieht Ceres seine Bahnen. Der einsame Zwergplanet mit einem Durchmesser von 950 Kilometern verändert unser Verständnis des Asteroidengürtels. Möglicherweise eröffnet er uns sogar den Zugang zum Ursprung des Lebens. Man dachte lange, Ceres sei ein kalter Gesteinsbrocken, übersät von Kratern. Aber im Februar 2017 entdecken Wissenschaftler etwas, das ihr Wissen über den Asteroidengürtel auf den Kopf stellt. Organische Moleküle. Zwei Jahrhunderte lang war Ceres nur ein kleiner Lichtschein am Sternenhimmel. Mittlerweile haben wir ein detailreiches Porträt einer komplexen und faszinierenden fremden Welt vor Augen. Dawn kreist in einer Höhe von 385 Kilometern um Ceres. Sie ist Ceres näher als die ISS der Erde. Die Sonde ist mit einer beeindruckenden Anzahl modernster Instrumente ausgestattet. Dawn hat eine Kamera an Bord, die Aufnahmen von der Oberfläche schießt. So können wir besser verstehen, wie Ceres aufgebaut ist und die Oberfläche topografisch erfassen. Ein weiteres Instrument ist das Spektrometer für sichtbares Licht und infrarote Strahlung. Es bestimmt mit Hilfe des reflektierten Lichts die mineralische Zusammensetzung der Oberfläche. Dann gibt es noch Grant, den Gammastrahlen- und Neutronendetektor. Auch er verrät uns viel über die Oberfläche von Ceres. Er vermisst die Neutronen, die beim Aufprall kosmischer Strahlung auf den Asteroid frei werden. Grant kann sie erfassen und so die mineralische Zusammensetzung der Oberfläche analysieren. Meine Kollegin stieß auf eine spektrale Signatur, die mit der von aliphatischen Kohlenwasserstoffen übereinstimmt. Klingt kompliziert. Das sind Ketten von Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen, die man in verschiedenen organischen Verbindungen findet. Methan und Ethan sind aliphatische Kohlenwasserstoffe. Es sind Produkte organischer Prozesse. Vielleicht finden wir hier also die Baustoffe biologischen Materials. Die organischen Materialien, hier in rot dargestellt, wurden auf einer 1000 Quadratkilometer großen Fläche im Ernotet-Krater gefunden. Und haben ihren Ursprung vermutlich auf Ceres selbst. Würden sie von einem Asteroideneinschlag stammen, wären sie weiter verstreut und nicht an wenigen Stellen hochkonzentriert, wie es Dorn beobachtet hat. Die genaue Zusammensetzung der Moleküle ist noch nicht bestätigt. Doch alles deutet in Richtung Cerid oder Asphaltid. Ter-ähnliche Minerale, die es auch auf der Erde gibt. Die findet man nicht überall im Sonnensystem. Diese Signatur tragen nur zwei weitere Asteroiden und drei Monde des Saturn. Im ganzen Sonnensystem ist dies erst der siebte Ort, an dem wir Verbindungen finden, die mit organischen Materialien zu tun haben. Wir haben kein Leben gefunden, aber wenn es welches gibt, ist das der erste Hinweis darauf. Für die Entstehung von Leben ist auch eine Energiequelle nötig. Und womöglich hat Dorn eine solche entdeckt. 950 Kilometer weiter am Okator-Krater. Als Dorn sich Ceres näherte, fiel uns ein heller Fleck auf der Oberfläche auf. Als wir näher kamen, stellten wir fest, dass es nicht ein großer Fleck war, sondern mehrere Flecken. Wir bekamen Bilder in höherer Auflösung und schließlich bestätigte sich, dass das reflektierte Licht von Mineralien aus geschmolzenem oder verdampftem Eis stammen könnte. Der Okator ist ein Krater mit einem Durchmesser von 92 Kilometern. Er enthält die höchste bekannte Konzentration an Karbonatmineralien außerhalb der Erde. Auch wenn es sich dabei nicht um organische Verbindungen handelt, die Entdeckung dieser Salze ist von genauso großer Bedeutung. Erstaunlicherweise ist der helle Bereich etwa 30 Millionen Jahre jünger als der Krater selbst. Er scheint auf Ceres entstanden zu sein. Ein Hinweis auf geologische Aktivität. Beweise, die diese Theorie unterstützen, finden sich auf einem 4 Kilometer Hohenberg namens Ahunamons. Wissenschaftler vermuten, es handelt sich um einen sogenannten Kryo- oder Eisvulkan. Das würde die Anwesenheit von Natriumkarbonat und Salzen erklären. So etwas hatten wir im ganzen Sonnensystem noch nicht gesehen. Der Berg ist hoch und hat sehr steile Hänge. Wenn Ahunamons ein Kryovulkan ist, dann muss es unter der Oberfläche von Ceres etwas geben, das die Materialien schmelzen lässt und sie an die Oberfläche drückt. Wir wissen nicht, um welche Materialien es sich handelt. Außerdem sind die Temperaturen auf Ceres so niedrig, dass es nicht die gleiche Art von Magma wie auf Erde oder Mars sein kann. Vermutlich handelte es sich um salzhaltiges Wasser, das bei niedrigen Temperaturen floss und gefror, sobald es an die Oberfläche gelangte. So wurde Ahunamons geformt. Wir sind überrascht, dass das erst kürzlich stattgefunden hat. Wir dachten, Ceres sei ein kalter Fels. Doch anscheinend stimmt das nicht. Sie ist ein aktiver Protoplanet. Das hat uns wirklich überrascht. Die Suche nach Leben ist immer auch die Suche nach Wasser. Auf Ceres könnte es einmal Leben gegeben haben. Die Voraussetzungen dafür stimmen. Es gab bzw. gibt Wasser, die wichtigsten chemischen Zutaten und Energiequellen. Wir haben unsere Ziele erreicht und können jetzt zu einer höheren Umlaufbahn wechseln, um Energie zu sparen. So können wir länger bei Ceres bleiben. Wir beobachten Ceres weiter von einem höheren Orbit aus, um unsere Datensätze zu erweitern. In den 70er Jahren haben wir Voyager 1 und 2 auf die Reise zu den äußeren Planeten geschickt. Vielleicht schaffen sie fünf Jahre, dachten wir. 40 Jahre später sind die beiden Raumsonden immer noch da. Die beiden sind die Liebe meines Lebens. Sie rufen immer noch zu Hause an und senden Daten aus den Tiefen des Weltraums. Dies ist die Geschichte furchtloser kleiner Maschinen, die wir vom blauen Planeten in Bereiche aussenden, in die bisher kein Mensch vordringen kann. Bis ans Ende des Sonnensystems und noch darüber hinaus. 1964, der Wettlauf zum Mond ist in vollem Gange, macht ein Doktorand namens Gary Flandreau eine Entdeckung. Die Planeten des äußeren Sonnensystems würden bald so günstig stehen, dass theoretisch eine einzige Raumsonde sie alle mithilfe von Swing-By-Manövern besuchen könnte. Die Raumsonde würde die Gravitation jedes einzelnen Planeten nutzen, um zu beschleunigen und gleichzeitig Treibstoff sparen. Diese sogenannte Grand Tour wäre danach nicht mehr so bald möglich. Die Grand Tour wiederholt sich nur alle 176 Jahre. Dann stehen Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun so günstig, dass ein Raumschiff in einem Rutsch an allen vorbeifliegen kann. Diese Chance will sich die NASA nicht entgehen lassen. Allerdings stand der NASA nur ein kleines Budget zur Verfügung. Übrig blieb also eine Vier-Jahres-Mission zu Jupiter und Saturn. Inoffiziell bleiben die Wissenschaftler aber bei ihrem Plan der kompletten Grand Tour mit Uranus und Neptun. Heimlich statten sie die Raumsonden entsprechend aus. Nur für alle Fälle. Voyager 1 und 2 sind fast baugleich. Zusammengesetzt aus je 65.000 Teilen. Jede Sonde ist mit Instrumenten für zehn verschiedene Experimente ausgestattet. Fernsehkameras, Infrarot- und UV-Sensoren, Magnetometer und Partikelsensoren. Daten können entweder sofort zur Erde gesendet oder gespeichert und später auf ein Acht-Spur-Band übertragen werden. Ganz im Stil der 70er. Jede Sonde wiegt etwa so viel wie ein Smart. Nur, dass der nicht auf 40.000 Kilometer pro Stunde beschleunigen muss, um der Schwerkraft der Erde zu entfliehen. Cape Canaveral, August 1977. Eine Titan-Zentower-3E-Rakete trägt Voyager 2 ins Weltall. Voyager 1 folgt Anfang September. Sie fliegt auf einer direkteren Route und wird schon Wochen vor ihrem Zwilling die äußeren Planeten erreichen. Es ist die Zeit, in der Star Wars die Welt erobert und zwei Studienabbrecher einen Computer namens Apple erfinden. Der Tagesablauf der Sonden wird von der Erde aus fürsorglich überwacht. Über kurz erhalten sie minutengenaue Anweisungen. Zunächst erstellt von Linda Spilker. Ich hatte fast schon mütterliche Gefühle gegenüber den Voyager-Sonden entwickelt. Wir waren jedes Mal erleichtert, wenn sie uns signalisierten, dass alles in Ordnung ist. Und später von Susie Dodd. Es war mein erster Job nach der Uni und eine aufregende Zeit. Ich habe alle wichtigen Wissenschaftler kennengelernt, auch Carl Sagan. Sie kamen vorbei, um sich die Daten und Bilder anzusehen. Zwischen Frühjahr und Sommer 1979 erreichen die Raumsonden Jupiter. Ein gefährlicher Planet. Seine Strahlung zerstört die Kamerauhr und ihre Synchronisation mit der Uhr, die die Belichtung kontrolliert. Doch die NASA-Ingenieure lösen das Problem. Und empfangen atemberaubende Bilder vom Jupiter, der auf den Bildern immer größer wird. Der vor mehr als 300 Jahren entdeckte große, rote Fleck entpuppt sich als gigantischer, orangefarbener Wirbelsturm. Ein Antizyklon. Sein Durchmesser ist doppelt so groß wie der der Erde. Voyager 1 schickte einen Monat vor Erreichen des Jupiters erste Bilder. Endlich sahen wir das komplizierte Sturmsystem und den großen roten Fleck aus der Nähe. Ein Hurricane-ähnliches Objekt, aber nur einer von Dutzenden Stürmen auf diesem riesigen Planeten. Und das war erst der Anfang. Während Voyager 1 mit 56.000 Kilometern pro Stunde durchs All schießt, bestaunen die Wissenschaftler die Bilder. Doch die großen Überraschungen halten die riesigen Jupiter-Monde bereit. Io ist der innerste Jupiter-Mond und der trockenste der vier galiläischen Monde. Mit dem, was dann folgt, hatte niemand gerechnet. Eine Doktorandin sah sich die Fotos genauer an und entdeckte darauf diesen riesigen Bogen. Sie sagte, schaut euch das mal an. Und sie sagte, hey, come and look at this. Wir trauten unseren Augen kaum, da war ein Vulkan. Voyager 1 erfasste acht aktive Vulkane. Obwohl Io nur ein kleiner Mond ist, hatte er die zehnfache Vulkanaktivität der Erde. Und auf seiner Oberfläche waren Seen voller Lava. Man darf nicht vergessen, dass wir vor der Begegnung mit Jupiter und seinen Monden nur die Vulkane auf der Erde kannten. Wie kann auf diesem Mond, weit weg von der Sonne, in der Kälte des Alls heiße Lava ausbrechen? Die Wissenschaftler vermuten Gezeitenkräfte dahinter. Mit seiner Gravitation knetet Jupiter seine Monde regelrecht durch und erhitzt sie dabei. Nach diesen unglaublichen Bildern rechnet das Team mit keinen weiteren spektakulären Entdeckungen im Jupiter. Doch die Fotos, die die Voyagers von Europa übermitteln, dem nächsten der großen Monde, übertreffen erneut alle Erwartungen. Er ist glatt wie eine Bowlingkugel mit einer zerkratzten Oberfläche. Wie Packeis, das im Frühling aufbricht. Verwirkt sich darunter ein Ozean? Es ist alles vorhanden, was nach unserer Kenntnis für die Entstehung von Leben notwendig ist. Wasser, offenbar auch organische Stoffe und eine Energiequelle. Nämlich die Hitze, die durch die Schwerkraft von Europa, Jupiter und Io entsteht. Und die diesen verborgenen Ozean permanent durchquirlen. Doch nicht nur Europa, auch die nächstäußeren Jupiter-Monde Ganymed und Callisto könnten gewaltige Ozeane unter einer Eisschicht haben. Die Wissenschaftler hatten dunkle, tote Kraterlandschaften wie auf unserem Mond erwartet. Stattdessen stoßen sie auf erstaunlich dynamische Welten. Dann finden sie heraus, dass den Saturn nicht wie vermutet drei, sondern tausende Ringe umgeben. Einige haben mysteriöse Speichen, andere sind verdreht und verflechten sich. Die leuchtenden Ringe bestehen aus Staub, Eis und Gesteinsbrocken und sind sehr dünn. Zum Vergleich, hätte Saturn die Größe eines Basketballs, hätten die Ringe den Durchmesser von einem 250stel eines menschlichen Haares. Wir hatten keine Ahnung, wie diese Ringe aussehen. Gerechnet hatten wir mit eher langweiligem, einheitlichem Material, mit ein paar Lücken dazwischen. Stattdessen entdeckten wir unglaublich detaillierte Strukturen. Damals konnten wir uns die Bilder nicht auf dem Computer ansehen. Wir mussten sie auf riesigen Papierrollen ausdrucken. Einmal habe ich eine auf dem Flur ausgerollt. Ich bin langsam entlang gelaufen, um mir alle anzuschauen und dachte, ich laufe gerade durch die Saturnringe. Das ist fantastisch. Voyager 1 beendet ihre offizielle Mission und fliegt aus der Ebene des Sonnensystems in den interstellaren Raum. Voyager 2 soll nun den Traum der Wissenschaftler erfüllen, die Grand Tour zu vollenden und noch mehr Planeten zu besuchen. Vorher muss die Sonde aber ein riskantes Manöver am Saturn überstehen, um Kurs auf Uranus zu nehmen. Ein sogenanntes Swing-By. Voyager 2 passiert in Saturn und bekommt von der Gravitation des Planeten eine gewaltige Beschleunigung verpasst. In Richtung Uranus. Fünf Jahre später erreicht Voyager 2 ihr Ziel. Mit einer Geschwindigkeit von 82.000 Kilometern pro Stunde fliegt sie an Uranus' innerstem und kleinstem Mond, Miranda, vorbei. Die Bilder vom Uranus übertreffen alle Erwartungen der Wissenschaftler. Die eigentliche Mission von Voyager 2 ist bereits seit fünf Jahren abgeschlossen. Der geheime Plan, die Grand Tour zu vollenden, rückt in greifbare Nähe. Die Sonde macht sich auf den Weg zu ihrem letzten Ziel, Neptun. Nach sieben Milliarden Kilometern erreicht sie Neptun mit einer Kursabweichung von nur 100 Kilometern. Die Bilder, die Voyager sendet, sind unheimlich. Nach einigen kleineren Wolken erscheint ein gigantisches Sturmsystem von der Größe der Erde. Nach dem Besuch des letzten Gasriesen nimmt auch Voyager 2 Kurs auf den interstellaren Raum. Für das Team ändert sich damit einiges. Es war eine tolle Zeit, ständig in den Zeitungen und Nachrichten. Und plötzlich wurde es ruhig. Wir hatten die Raumsonde zwar noch, aber es war ein bisschen traurig. Sie flog jetzt ins tiefe, dunkle Weltall. Ganz allein. Inzwischen mehr als 17 Milliarden Kilometer entfernt von der Erde sendet Voyager 2 weiter Daten von den Außengrenzen unseres Sonnensystems. Das wird einmal ein trauriger Tag. Wir werden auf Antwort warten, aber keine mehr bekommen. Wir werden Befehle schicken, aber ihr Sender wird irgendwann nicht mehr ausreichend Energie haben. Und dann wird Voyager nur noch ein stummer Botschafter unserer Erde in der Milchstraße sein. Aber sie wird immer noch Abenteuer erleben. Ich weiß nur nicht, welche. Abenteuer wie diese sind etwas ganz Besonderes. Für mich ist Voyager der Christoph Kolumbus der Raumfahrt. Dies ist die coolste, heißeste, komplexeste und teuerste Raumsonde, die die Menschheit je ins Weltall geschickt hat. Cassini-Huygens wurde von NASA, ESA und der italienischen Asie gemeinsam entwickelt. 17 Länder sind an dem Projekt beteiligt. Vor der Cassini-Huygens-Mission hatten wir nur flüchtige Blicke auf dieses Juwel unseres Sonnensystems erhascht. Cassini aber reist zum Saturn und bleibt dort. Lange. Sehr lange. Und die Bilder, die sie zur Erde schickt, sind atemberaubend. Nach Cassini mussten wir die Lehrbücher über den Saturn neu schreiben, über seine Ringe und Monde wie den Titan. Cassini hat alles verändert. Ihre Reise beginnt am 15. Oktober 1997. Eine Titan-4B-Rakete trägt die Hightech-Sonde in den Nachthimmel. Auf ihrer siebenjährigen Reise zieht sie immer weitere Kreise. Vorbei an den vier inneren Planeten. Am 1. Juli 2004 schwenkt sie in die Saturn-Umlaufbahn ein. Erste detaillierte Bilder und Daten erreichen die Wissenschaftler. Die Triebwerke mussten 96 Minuten lang brennen, um Cassini sicher durch den Orbit zu bringen. Eine gefühlte Ewigkeit. Ich machte mir schon Sorgen, wenn eine Anzeige nicht richtig funktionierte. Eine Zeit lang befand sie sich hinter dem Planeten und wir mussten wieder warten. Schließlich erreichte uns das Signal und zwar völlig pünktlich. Wir waren alle überglücklich und erleichtert. Darauf haben wir vier Jahre lang gewartet. Cassini tanzt auf verschiedenen Umlaufbahnen um den Saturn und ermöglicht völlig einzigartige Einblicke. Die Sonde schickt faszinierende Bilder von den Saturn-Monden und Ringen. Und natürlich von Saturn selbst. Auf dem Saturn wüten unvorstellbar heftige Stürme und gigantische Blitzeinschläge. Ein wunderschönes Polarlicht taucht am Südpol auf. Der sogenannte Hotspot. Er entsteht durch Gasexplosionen, die das riesige Magnetfeld durchdringen. Cassini macht sie sichtbar. Die Saturnringe übertreffen alle Erwartungen. Sie erstrecken sich über hunderttausende Kilometer und sind zum Teil nur zehn Meter dick. Sie bestehen unter anderem aus Wassereispartikeln. Manche sind mikroskopisch klein, andere groß wie Hochhäuser. Wir sind immer davon ausgegangen, dass die Ringe aus kleinen Partikeln bestehen, die herumfliegen und zusammenprallen. Jetzt wissen wir, dass sich ein Großteil des Hauptringsystems aus Teilchen zusammensetzt, die aneinander haften und Stränge bilden, so ähnlich wie die Reihen einer Marschkapelle. Sie haben Rillen wie eine Schallplatte. Die entstehen unter anderem durch die gravitative Wechselwirkung der Monde, die den Saturn umkreisen. Manche der Monde befinden sich selbst in den Ringen. Diese sogenannten Schäfermonde stabilisieren die Ringstruktur. Die Ringe brechen auseinander und fügen sich wieder zusammen, wie ein wunderschöner kosmischer Tanz. Acht Monate lang fliegt Cassini kreuz und quer durch diese einzigartige Landschaft. Dann steuert sie Titan an, den größten Saturnmond. Auf ihn sind die Wissenschaftler besonders gespannt. Die ganzen Jahre über hat der Orbiter Cassini den Lander Huygens' Huckepack getragen. Als erste Raumsonde soll Huygens jetzt auf einem fremden Mond landen. Das Problem? Titan hat eine Atmosphäre. Seine Atmosphäre ist sehr dicht. Dichter als die der Erde. Wie unsere enthält sie zwar Stickstoff, aber auch Methan. In Verbindung mit der Sonneneinstrahlung verwandelt sich das in komplexe organische Moleküle. So ähnlich dürfte auch die Atmosphäre auf der Erde gewesen sein, bevor sich dort Leben entwickelte und Sauerstoff erzeugte. Heiligabend 2004 trennt sich Cassini von Huygens. Das Baby der ESA ist jetzt auf sich gestellt. Drei Wochen später halten Wissenschaftler auf der ganzen Welt den Atem an. Huygens nähert sich der Landung auf Titan. Wir hatten das Gefühl, hautnah dabei zu sein, als sie in die Atmosphäre eintauchte. Ihr gewaltiger Fallschirm öffnete sich. Der Hitzeschild fiel ab. Wir konnten die Atmosphäre förmlich spüren und riechen. Die Kameras nahmen die Landung aus allen Winkeln auf. Huygens flog eine ganze Weile durch Dunst- und Nebelschleier, bis wir endlich klare Sicht auf die Oberfläche des Titans hatten. Die Oberfläche wirkt merkwürdig vertraut und zugleich bizarr. Es scheint, als sei die kleine Sonde mitten im Watt oder an einer Küste mit verstreuten Eiskieseln gelandet. Die Oberfläche des Titans ist minus 180 Grad kalt. Das Eis und der nahegelegene See bestehen aus Methan. Dann trat Cassini in den Orbit von Titan. Ihr Radarsystem entdeckte Seen aus flüssigem Methan und Ethan. Genau wie unsere Seen verdunsten sie und bilden Methanwolken, die dann wieder abregnen und zu Flüssen und Seen werden. Der Regen gräbt Kanäle und Rinnen in Titans Oberfläche. Aber es gibt auch trockene Formationen mit Dünen, soweit das Auge reicht. Bis zu 100 Meter hoch. Und 3000 Meter hohe Berge. Das lässt darauf schließen, dass hier tektonische Kräfte am Werk sind, wie auf der Erde. Flüssiges Gas spielt auf Titan die Rolle des Wassers auf unserer Erde. Zum Beispiel bildet Methan als Gas Wolken und fällt als Methan Regen wieder auf die Oberfläche. Die Seen sind ungefähr so groß wie die auf der Erde. Die Frage ist, ob es dort auch Lebensformen gibt. Kassinis nächstes Ziel ist der winzige Saturnmond Enceladus. Niemand rechnet damit, dass der Zwerg noch interessanter sein könnte als der riesige Titan. Ein schimmernder kleiner Ball mit einem Durchmesser von nur 480 Kilometern. Falsch gedacht. Seine glitzernde Oberfläche ist entlang des Südpols von Furchen und Rissen durchzogen. Diese seltsamen blauen Spalten werden Tigerstreifen genannt. Sie sind 120 Kilometer lang, hunderte Meter tief und ähneln Verwerfungslinien auf der Erde. Und es wird noch mysteriöser. Kassinis Sensoren zeigen an, dass aus den Spalten Hitze dringt. Die normale Oberflächentemperatur beträgt minus 200 Grad. An den Spalten ist es rund 120 Grad wärmer. Kassini gelingen faszinierende Gegenlichtaufnahmen. Die Tigerstreifen stoßen Wasser hunderte Kilometer weit in den Weltraum. Bei einer Geschwindigkeit von fast 2000 Kilometern pro Stunde verdampft es und gefriert sofort. Die Mitarbeiter des Kontrollzentrums programmieren einen neuen Kurs für Kassini. Sie fliegt jetzt direkt durch die Fontänen und sammelt Partikelproben. In den übermittelten Daten entdecken die Wissenschaftler Erstaunliches. Organische Moleküle. Die Bausteine des Lebens. Die Geysire waren gerade aktiv. Also konnte die Sonde direkt durchfliegen und Proben entnehmen. Es handelte sich tatsächlich um Wasser. Enceladus ist ein ganz besonderer Mond. Er hat uns einige Gratisproben beschert. Kassini ist viele Male durchgeflogen und hat an dem Gas geschnüffelt und sich von den Eispartikeln einhüllen lassen. Einige davon nahmen sie als Proben. Jetzt kennen wir ihre Zusammensetzung. Zu unserer Überraschung entdeckten wir Salzwasser. Unter Enceladus' Oberfläche ist ein salziger Ozean und er hat einen ähnlichen pH-Wert wie die Ozeane auf der Erde. In allen Gewässern der Erde, ob warm oder kalt, tief im Ozean oder im Eismeer, leben Mikroorganismen. Das bedeutet, dass sich auch auf Enceladus mikrobielles Leben entwickelt haben könnte. Hier herrschen die gleichen Bedingungen wie auf der Erde, als das Leben begann. Im Jahr 2013 fliegt Kassini dann hinter die Saturnringe und wirft einen Blick auf die Erde. Ein winziger Punkt im gewaltigen Sonnensystem. Ende 2016 beginnt die NASA, Kassinis Bahn zu ändern. Vorbereitungen für das spektakuläre Ende der Mission, das große Finale. Kassini unternimmt jetzt waghalsige Manöver. Sie fliegt hoch über den Nordpol des Saturn, steil am F-Ring vorbei. Anschließend schießt die Sonde erneut durch die Geysire des Enceladus. Um dann zwischen den Grasriesen und seinem innersten Ring durchzutauchen. Und das 22 Mal. Wenn man im richtigen Winkel am Titan vorbeifliegt, kann man von außen über die Ringe springen und in die Lücke eintauchen, die sich zwischen dem innersten Ring und dem Rand der Saturnatmosphäre auftut. Diese Lücke ist nur 2400 Kilometer breit. Und Kassini wird insgesamt 22 Mal da durchrasen. Am 15. September 2017 endet Kassinis Mission mit einem kontrollierten Absturz auf den Saturn. Um sicherzugehen, dass sie verbrennt und verdampft. Die Sonde könnte sonst noch ewig im Orbit des Gasriesen kreisen. Aber das birgt Risiken. Kassini könnte der Anziehungskraft von Titan oder Enceladus zum Opfer fallen und dort eventuell vorhandenes Leben versorchen. Denn trotz der langen Zeit im All könnten nach wie vor widerstandsfähige Mikroben von der Erde an der Sonde haften. Sie verglüht als gigantischer Feuerball in der Saturnatmosphäre. Man stelle sich das mal vor. Ihre Überreste werden zu einem Teil des Planeten. Sie verschmilzt mit ihm. So gesehen ist das ein wunderschönes Ende für Kassini. Sie hat den Saturn erforscht. Und am Ende ist sie mit ihm vereinigt. Das ist aber auch ein sehr trauriger Moment. Für uns Wissenschaftler und Ingenieure ist sie weit mehr als nur Metall und Kabel. Sie hat all unsere Hoffnungen und Träume mit auf ihre Reise genommen. Ich blicke oft in den Nachthimmel zum Saturn. Und dann weiß ich, dass Kassini bei ihm ist. Und ich sehe Saturn. Ich sehe Kassini. Weil sie da sein wird. Fünf Jahre nach dem Start in Cape Canaveral schießt die Sonde Juno mit einer Geschwindigkeit von fast 270.000 Kilometern pro Stunde auf ihr Ziel zu. Den Jupiter. Damit ist Juno das schnellste je von Menschen geschaffene Objekt. Jetzt muss die Sonde aber rechtzeitig abbremsen, um heil in den Jupiter-Orbit einzuschwenken. Das war das Schwierigste, das die NASA je getan hat. Im Gegensatz zur Erde hat sich Jupiter seit der Entstehung unseres Sonnensystems kaum verändert. Der Gasriese ist eine archäologische Schatztruhe, von der sich die Wissenschaftler Antworten auf Fragen erhoffen, die wir uns schon sehr lange stellen. Wie ist unsere Erde entstanden? Woher stammen die Elemente, die das Leben entstehen ließen? Juno soll die Antworten finden. Er ist gigantisch. Alles im Sonnensystem, alle Planeten, Asteroiden und Kometen würden in den Jupiter hineinpassen. Frühere NASA-Missionen gaben Aufschluss über seine Monde, seine Staubringe und seine Atmosphäre. Aber sie konnten noch keinen Blick hinter die Van Gogh-artigen tiefroten, braunen, gelben und weißen Wolkenstreifen werfen. Bis jetzt. Wir haben Juno mit innovativen Instrumenten ausgestattet, die sogar durch die Atmosphäre schauen können. Drei dieser acht Instrumente sollen die Wolkendecke durchdringen, die Jupiters Oberfläche verschleiert. Das wichtigste Instrument dürfte das Mikrowellenspektrometer sein. Es kann sechs verschiedene Bereiche thermischer Strahlung erfassen und reicht bis zu 500 Kilometer unter Jupiters Wolkendecke. So entsteht ein 3D-Modell von der Atmosphäre auf Jupiter. Jupiters Wolkendecke ist vermutlich etwa 50 Kilometer dick. Möglicherweise spürt Juno darunter eine Schicht auf, in der es regnet. Kein Wasser, sondern flüssigen Wasserstoff. Junos Instrumente dringen immer tiefer in den Jupiter. Hier bringen gewaltige Kräfte eine eigenartige Substanz hervor. Im Inneren des Jupiters ist der Druck etwa zwei Millionen Mal so stark wie auf der Erdoberfläche, sodass gasförmiger Wasserstoff zu einem Metall wird, zu flüssigem, metallischem Wasserstoff. Vielleicht entdeckt Juno einen riesigen Ozean aus Metall. Vielleicht sogar den größten im gesamten Sonnensystem. Junos Mikrowellenspektrometer soll Aufschluss über die chemische Zusammensetzung des Gasriesen geben. Außerdem wollen wir herausfinden, wie viel Wasser es auf dem Jupiter gibt. Für die Forscher steht fest, dass es Wasser auf dem Jupiter gibt. Die Frage ist nur, wie viel? Die Antwort darauf wäre ein wichtiges Teil im großen wissenschaftlichen Puzzle. Wie stark war Wassereis an der Entstehung der Planeten beteiligt? Jupiter ist wie eine Zeitkapsel. Er konserviert gleichsam die Stoffe, aus denen einst die Planeten entstanden. Sollte Juno auf Feuchtigkeit stoßen, muss Wassereis eine wichtige Rolle in der Planetenentstehung gespielt haben. Das könnte die Ozeane auf der Erde erklären. Wenn Jupiter aber eher trocken ist, brauchen die Planeten, die wir in der Welt sind. Sollten die Wissenschaftler eine andere Theorie, die das Wasser und das damit verbundene Leben auf der Erde erklärt. Die ersten drei Vorbeiflüge Junos am Jupiter liefern neue und wichtige Erkenntnisse. Allerdings lassen sie die Wissenschaftler auch mit einer gewissen Ratlosigkeit zurück. So hat der Nordpol eine blauere Farbe als der Rest des Planeten. Auf ihm toben unzählige Stürme. Einer weist sogar einen Durchmesser von 7000 Kilometern auf. Mehr als der Radius der Erde. Neue Infrarotaufnahmen der Pole enthüllen warme und heiße Flecken. Sie blieben auf früheren Missionen unentdeckt. Jupiters bekanntestes Markenzeichen, der große rote Fleck. Das ist der größte Sturm, der je in unserem Sonnensystem beobachtet wurde. Er wurde bereits vor mehr als 350 Jahren dokumentiert. Unsere Erde hätte problemlos darin Platz. Zwar scheint der Sturm zu schrumpfen, aber Messungen des Hubble-Weltraumteleskops zeigen immer noch einen Durchmesser von 16.500 Kilometern. In seinem Inneren wüten Stürme mit einer Geschwindigkeit von über 650 Kilometern pro Stunde. Zum Vergleich, die höchste Windgeschwindigkeit, die je auf der Erde gemessen wurde, lag bei 400 Kilometern pro Stunde. Damals zog Zyklon Olivia an der Küste Australiens vorbei. Eines Tages werden wir vielleicht das Geheimnis des großen roten Flecks entschlüsseln können. Die wissenschaftlichen Daten dazu werden uns wohl hier erreichen. Im Deep Space Network, einem Netz von Parabolantennen zur Kommunikation mit Raumsonden. Weltweit können nur drei Stationen mit Juno kommunizieren. 45 Minuten brauchen die Signale des Deep Space Centers bis zu der 800 Millionen Kilometer entfernten Juno und umgekehrt. Die Signale sind sehr schwach. Ein Tausendstel oder weniger der Signalstärke eines Handys. Deshalb sind die Satellitenschüsseln so groß. Sie sind wie riesige Ohren, die die Signale einfangen. Wir entfalten und digitalisieren sie, machen Einser und Nullen daraus, die wir nach Pasadena ins JPL schicken, das Jet Propulsion Laboratory. Die Wissenschaftler dort wandeln sie dann in Bilder oder Messdaten um. Für eine Raumsonde ist Jupiter einer der gefährlichsten Orte des Sonnensystems. Dieses Bild zeigt, womit Juno es aufnehmen muss. Stärke Strahlengürtel, geladen mit hochenergetischen Elektronen. Hier rot im Bild. Diese Elektronen fressen die Elektronik förmlich auf und zerstören die Raumsonde. Deshalb hat Juno ein Strahlenschutzgehäuse aus Titan, das die sensible Elektronik abschirrt. Außerhalb dieses Schutzschilds hätten sie am Ende der Mission eine Strahlenbelastung, die etwa 100 Millionen Röntgenaufnahmen beim Zahnarzt entspricht. Das wäre, als würden sie auf dem Zahnarztstuhl einmal pro Sekunde geröntgt werden, und das über drei Jahre lang. Innerhalb des Schutzschilds würden sie aber nur die Strahlung von anderthalb Tagen abkriegen. Ist doch nicht schlecht. Das Team hat alles Menschenmögliche für Junos Sicherheit getan. Es ist überwältigend, fast wie in einem Traum, Teil dieses Teams zu sein. Wir werden die Lehrbücher neu schreiben. Nicht nur über die Entstehung des Jupiters, sondern des gesamten Sonnensystems und der Menschheit. Hier, so dachte man, sei das Ende des Sonnensystems. Der winzige Pluto. Selbst in den besten Teleskopen nur ein Fleck. Eine leblose Welt in den eisigen Tiefen des Alls. Dachte man. Gerade mal so groß wie ein Klavier startet im Januar 2006 New Horizons in Richtung Pluto. Fast zehn Jahre lang dauert die Reise der Sonde zu unserem neunten und letzten Planeten. Eine Reise von knapp fünf Milliarden Kilometern. New Horizons ist gerade mal acht Monate unterwegs, als Pluto eine Demütigung von der Erde erfährt. Pluto wird auf einer Vollversammlung der Internationalen Astronomischen Union, kurz IAU, zum Zwergplaneten degradiert. Wie sich herausstellt, ist Pluto nur einer von vielen Eisklumpen im Kuipergürtel, der das Sonnensystem jenseits der Neptunbahn umgibt. Und Pluto ist noch nicht einmal der größte seiner Klasse. Trotzdem rief seine Degradierung viel Protest hervor. Abstimmungen funktionieren in der Wissenschaft nicht besonders gut. Sie erwecken den Eindruck, dass Wissenschaft beliebig ist. Das hätte man nicht tun sollen. Die Abstimmung hat die Wissenschaft zurückgeworfen. Das war für sie einer der schlimmsten Momente in den vergangenen Jahrzehnten. Die folgenden acht Jahre döst New Horizons im All vor sich hin. Unterbrochen nur von wöchentlichen Pflichtanrufen im Kontrollzentrum. Dort hat man Grund zur Sorge. Als die Sonde Pluto näher kommt, zeigt sich nämlich, dass der Zwergplanet mehr Gefährten hat als gedacht. Neben dem gewaltigen Charon und zwei anderen bekannten Pluto-Monden leuchten noch weitere zwei auf. Kerberos und Styx. New Horizons könnte damit in ein regelrechtes Minenfeld geraten. Die Gravitation dieser Monde ist so schwach, dass Trümmerstücke ungehindert um Pluto herumfliegen könnten. Ich demonstriere das mal am Beispiel eines Reiskorns. Ich zerbrösele es, aber sehen Sie noch dieses winzige Stückchen? Das wäre groß genug, um eine Raumsonde zu zerstören und die Mission zu beenden. Und bei der zehnfachen Geschwindigkeit einer Gewehrkugel bleibt keine Zeit für Ausweichmanöver. Sie ist zu schnell, um Hindernisse zu umfliegen. Wir müssen also ganz genau zielen. Die Wissenschaftler beobachten die Situation und berechnen mithilfe von Computermodellen einen Weg durch das Pluto-System, den sie für einigermaßen sicher halten. Aber zum Aufatmen ist es noch zu früh. New Horizons schweigt plötzlich. Wurde sie von Weltraumschutt getroffen? Ist die Mission gescheitert? Und das nach mehr als 3000 Tagen Flugzeit zum äußeren Rand des Sonnensystems. Wir hatten gerade die letzten Anweisungen für den Vorbeiflug hochgeladen, als der Kontakt abbrach. Das hatte es während des gesamten Flugs nicht gegeben. So etwas sollte bei keiner Sonde und bei keiner Mission passieren. Die Wissenschaftler finden schnell heraus, dass sich die Sonde auf der korrekten Flugbahn befindet. Eine Computerstörung hatte die Kommunikation unterbrochen. Nach 90 Minuten ist der Fehler behoben. Endlich meldet sich New Horizons zurück. Allerdings mit schwachen Signalen, da sie immer noch im Sicherheitsmodus ist. Das Team hatte die Computer mit dem Hochladen von Anweisungen für den Vorbeiflug offensichtlich überfordert. Jetzt heißt es, die Arbeit von Wochen in wenigen Tagen erledigen. Kaum zu schaffen. Der Vorbeiflug droht zur Zitterpartie zu werden. Nachdem wir wieder Kontakt hatten, lag eine Menge Arbeit vor uns. Zuerst mussten wir die Sonde vom Sicherheitsmodus in den Normalzustand zurückversetzen, um die Highspeed-Kommunikation wiederherzustellen. Dabei brauchen die Signale viereinhalb Stunden bis zur Sonde und noch einmal so lang zurück. Und die Zeit lief. Sechs Monate Arbeit. Umsonst. Wir mussten sämtliche Flugpläne, Anleitungen, Steuerungsdaten, Pointing-Files und alles andere neu übertragen. Und das innerhalb von drei Tagen. Das Problem taucht ausgerechnet am Unabhängigkeitstag der USA auf. Trotzdem kommen alle Mitarbeiter und schieben am Feiertag Extraschichten. Das technische und operative Team kamen am 4. Juli dem Unabhängigkeitstag rein. Dem letzten Tag, den sie vor dem Vorbeiflug mit ihren Familien verbringen konnten. Wir hatten sämtliche Outfits. Manche kamen von Picknicks, manche von Partys. Und alle blieben drei Tage lang. Genau wie in dem Film Apollo 13 mit Tom Hanks. Sie schliefen für drei bis vier Stunden auf den Schreibtischen, unter den Schreibtischen oder in den Bürosesseln. Jeder wusste, was auf dem Spiel stand. Die Sonde ist zehn Tage vom Pluto entfernt. Und wir haben nur einen Versuch. Nach zwei Tagen ist der Hauptcomputer soweit, hunderttausende Befehle neu zu laden, um die Sonde an Pluto vorbeizusteuern. Sie haben es geschafft. Ohne einen Fehler. Sie sind die heimlichen Helden der Pluto-Mission. Ihnen ist das alles zu verdanken. Sie haben es geschafft. Das letzte Bild vor der größten Annäherung versetzt die Wissenschaftler und den Rest der Welt in Staunen. Der kleine Pluto ist eine vielfältige, magische Welt mit einem riesengroßen Herzen. Die Sonde kommt auf bis zu 12.500 Kilometer an Pluto heran. Der ganze Vorbeiflug dauert nur drei Minuten. Doch das Team muss sich viereinhalb Stunden gedulden, bis es sicher sein kann, dass die Mission erfolgreich ist und die Sonde unbeschädigt. Und dass sie bahnbrechende Daten gesammelt hat. Sind im Deep Space Network. Bekomme die Symbole. Der erste Schritt. Die Daten treffen ein. Verstanden. Haben Kontakt mit der Telemetrie der Sonde. Sie sind dran, CNDH. CNDH meldet Zollzustand. Die Elektronenspektrometer arbeiten nach Plan. Das heißt, wir haben die erwartete Datenmenge erhalten. Verstanden. Scheint ein erfolgreicher Tag zu werden. Wir haben eine gesunde Raumsonde, Daten vom Pluto-System und entfernen uns jetzt vom Pluto. Und wir sind für Pluto. Am Tag des Vorbeiflugs erhält das Team erste hochauflösende Bilder von Plutos Oberfläche. Als ich die Bilder sah, dachte ich nur, was für eine atemberaubende Welt. Polarkappen, Schluchten, dichte Katerfelder und gigantische Gletscher. Dann Gebirgszüge, einige Schneebedeckt. Manche aus diesem Material, andere aus jenem. Wir haben viele Hinweise auf tektonische Aktivität auf der Oberfläche bekommen. Wir hatten nicht erwartet, dass der kleine Pluto so vielfältig und komplex ist. Vor allem, dass es so schwierig werden würde, seine Geheimnisse zu enträtseln. Ich habe 20 Jahre darauf hingearbeitet, diese Bilder zu sehen. Ich hatte gute Bilder erwartet, aber niemand im Team hat mit so guten Bildern gerechnet. Es ist einfach unvorstellbar, dass wir Einsen und Nullen über eine Entfernung von 5 Milliarden Kilometern verschicken können und daraus Informationen erhalten. Das ist angewandte Wissenschaft. Fantastisch. Doch die Datenübertragung ist langsam. Vergleichbar mit dem Internet der 90er. Die Wissenschaftler müssen fast 16 Monate warten, bis alle Daten übertragen sind. Dafür sind die Bilder von Plutos Oberfläche außergewöhnlich. Gletscher aus Wassereis, die auf dichtem, gefrorenem Stickstoff sitzen. Berge so hoch wie die Rocky Mountains, mit Schneekappen aus Methan. Riesige Eisvulkane, die noch vor kurzem aktiv waren. Vier Milliarden Jahre alte Kraterlandschaften, direkt neben jungen, geologisch aktiven Bereichen. Vor der Mission dachten wir, dass kleine Planeten innerhalb dieser Milliarden Jahre auskühlen und ihr geologischer Motor zum Stillstand kommen würde. Wir hatten mit einer inaktiven, uralten Oberfläche gerechnet. Stattdessen haben wir Bereiche gefunden, die in den letzten vier Milliarden Jahren neu entstanden sind. Riesige Landschaften, Millionen Quadratkilometer groß, die in der jüngeren geologischen Vergangenheit entstanden sind. Das ist unglaublich. Das Erstaunlichste ist aber Plutos großes Herz. Es heisst Tombu Regio, benannt nach Plutos Entdecker Clyde Tombu. Die geheimnisvolle Ausbuchtung auf der linken Seite wurde Sputnik Planitia getauft. Ein gigantisches Eisfeld mit einem Durchmesser von mehreren hundert Kilometern, umgeben von hohen Bergen. Die Wissenschaftler vermuten, dass es sich um ein riesiges Einschlagbecken handelt. Gefüllt mit Stickstoff, Schnee und Eis. Und dieses Eisfeld scheint in super Zeitlupe vor sich hin zu köcheln. Das ist ein Hinweis auf eine Wärmequelle, die eine Strömungsbewegung verursacht. Und die damit verbundene Veränderung ist.